Wie umgehen mit Rechtsextremismus und der AfD? Diese Frage stand heute zum Abschluss der Bischofskonferenz in Augsburg auf der Tagesordnung. Und in einer Erklärung bezieht die katholische Kirche in Deutschland Klarstellung. Völkischer Nationalismus sei mit dem christlichen Menschenbild unvereinbar, heißt es in dem Papier. Eine solche Gesinnung dominiere mittlerweile auch die AfD. Die Partei zu wählen, bedeutet sich gegen die Demokratie in unserem Land zu stellen, betonen die Bischöfe. Vertiefen wir das noch einmal mit Tilman Kleinjung für uns in Augsburg. Es gab ja schon Bistümer, die sich komplett von der AfD distanziert hatten. Ziehen die Bischöfe in Gänze jetzt also nach? Ja, tatsächlich, die katholischen Bischöfe ziehen in Gänze nach. Der Beschluss zu diesem Papier, das Sie gerade zitiert haben, der ist einstimmig gefallen. In der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist schon auch bemerkenswert, weil vor wenigen Monaten es noch Bischöfe gab, die gesagt haben, nein, man dürfe da auch niemanden pauschal ausgrenzen, nur weil er AfD-Mitglied sei oder die AfD wähle. Jetzt sagen die Bischöfe eigentlich klipp und klar und unmissverständlich, die AfD ist für katholische Christinnen und Christen nicht wählbar. Das ist ja schon ungewöhnlich, dass die katholische Kirche explizit von einer bundesweit vertretenen Partei abrät, oder? Ich kenne keinen ähnlichen Fall, in der in der Geschichte der Bundesrepublik eine Kirche, sei es die evangelische oder die katholische, ein solches Papier veröffentlicht hat, in dem steht, die Grundwerte und der Rechtsextremismus, der in Teilen der AfD gepflegt wird, der ist mit christlichen Werten nicht nur nicht vereinbar, sondern die sind nicht wählbar für Katholikinnen und Katholiken. Das ist, also mir ist kein ähnlicher Fall, zumindest bekannt. Auf der anderen Seite dreht die katholische Kirche das natürlich auch um für das Engagement in den eigenen Gemeinden und Gremien und sagt, umgekehrt gilt das natürlich auch ausschließlich, dass tatsächlich die Mitglieder, die sich in der AfD engagieren, als Funktionäre, als Mitglieder für Pfarrgemeinderäte oder Ehrenamtliche, andere Gremien in der katholischen Kirche eigentlich nicht geeignet sind. Aber was heißt das dann für die Praxis? Da ist ja mehr als denkbar, dass Mitglieder der AfD in den Kirchengemeinden auch aktiv sind. Wie geht man dann mit denen um? Ja, wir gehen eigentlich davon aus, dass die katholische Kirche wie die evangelische Kirche eigentlich ein Querschnitt unserer Bevölkerung ist. Knapp 25 Prozent der Bevölkerung sind Mitglied der katholischen Kirche. Da kann man also fest davon ausgehen, dass natürlich auch AfD-Mitglieder Mitglied in der katholischen Kirche sind, dass sie sich auch in der katholischen Kirche engagieren, dass sie in Pfarrgemeinderäten, in Diözesanräten und in anderen Gremien aktiv sind. Und da wird es jetzt tatsächlich sehr schwierig. Es gibt bereits zwei Bistümer, Würzburg und Berlin, die haben eine Ausschließlichkeitsklausel in ihren Statuten. Da heißt es klipp und klar, wer rechtsextreme, fremdenfeindliche, menschenverachtende Positionen bezieht oder wer auch Mitglied einer Partei ist, die dieses vertritt, der hat in unseren Gremien eigentlich nichts verloren. Nur das ist natürlich in der Praxis sehr schwer umsetzbar. Also mir ist kein Fall bekannt, wo ein AfD-Mitglied aus irgendeinem Gremium in der katholischen Kirche herausgeworfen wurde. Also an der Stelle ist die Kirche klar. Zweites großes Thema in Augsburg war das zentrale Reformprojekt, der Synodale Weg. Rom wollte per Brandbrief die Satzung von der Tagesordnung wischen. Das war gleich zu Beginn der Fall. Konnte der Vatikan diesen deutschen Sonderweg denn am Ende ausbremsen? Ausgebremst hat er ihn sicherlich, aber gestoppt glaube ich nicht. Auf jeden Fall haben die Bischöfe, mit denen wir hier während dieser letzten Tage in Augsburg reden konnten, doch sehr deutlich gemacht, dass sie diese Intervention Roms und zwar kurz vor knapp sehr irritiert, wenn nicht überrascht hat und sie haben sich davon auch beeindrucken lassen. Also sie haben dann ja auch daraufhin eine Abstimmung zur Zukunft des Synodalen Weges von der Tagesordnung genommen und haben gesagt, jetzt müssen wir erstmal wieder Gespräche mit Rom führen, bevor wir dann auch weiter beraten, wie es mit dem Synodalen Weg weitergeht. Also da fehlt so ein bisschen die Klarheit im Vergleich zu dem AfD-Beschluss. Wie reagieren denn die Laienorganisationen darauf? Wie könnte es jetzt weitergehen? Das ist die spannende Frage. Jetzt erklären die Bischöfe hier in Augsburg, dass sie mit Rom das Gespräch suchen wollen, beklagen auch gleichzeitig, also das hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Betzing sehr deutlich gemacht, dass Rom nur sehr zögerlich auf deutsche Gesprächsangebote reagiert, dass also da oft Monate bis zu einem halben Jahr vergehen, bis da mal ein gemeinsamer Terminvorschlag irgendwie kommt. Und da wollen aber die Bischöfe jetzt erst einmal mit den zuständigen Abteilungen im Vatikan reden, bevor sie dann tatsächlich schauen, wie geht es weiter mit dem Synodalen Weg und diesem Synodalen Rat, den man da gemeinsam gründen will, gemeinsam mit den Laienvertretern, mit den Vertretern des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass viele dieser engagierten Katholikinnen und Katholiken sagen, hey, so haben wir ja nicht gewettet, wir wollten das doch gemeinsam machen, wir wollten uns gemeinsam auf diesen Weg begeben, wir wollten gemeinsam Entscheidungen treffen, bitte haltet euch an den Fahrplan, den wir verabredet haben. Also da stehen die deutschen Bischöfe tatsächlich von zwei Seiten unter Druck, auf der einen Seite der Papst in Rom und auf der anderen Seite eine sehr unruhige und unzufriedene Kirchenbasis in Deutschland. Mal sehen, ob die Satzung dann auf der nächsten Tagesordnung der nächsten Bischofskonferenz landet. Vielen Dank für diese Information und Einschätzung, Tilman Kleinjung nach Augsburg.